Hallo, mein Name ist Carina und ich bin im ersten Semester. Den Studiengang habe ich online gefunden und ich fand den Modulplan echt ansprechend und habe mich dann mal so auf gut Glück beworben und es hat mir echt viel Spaß gemacht bisher. Vor allen Dingen das Modul Webtechnologie. Da lernt man halt so Webseiten designen und sowas. Das fand ich super interessant und da freue ich mich auch weiterhin mehr drüber zu lernen. Genauso aber wie Programmieren, aber auch bei den sozialen Medien mehr darüber zu diskutieren. Hi, mein Name ist Jonas und ich studiere im siebten Semester. Während meines Studiums habe ich gemerkt, dass mich das Thema IT-Sicherheit besonders interessiert und deshalb habe ich auch den Schwerpunkt Cyber Security gewählt mit den dazugehörigen Fächern. Und aktuell schreibe ich meine Bachelorarbeit zum Thema IT-Sicherheitscheck in kleineren Unternehmen. Hi, mein Name ist Kübra. Ich bin im fünften Semester. Ich konnte mich zwischen dem Auslandssemester und dem Praktikum entscheiden. Ich habe mein Praktikum in der Schule mit einer weiteren Kommiliton gemacht. Wir haben die Schüler in Themen soziale Medien um den Umgang aufgeklärt. Hi, ich bin Claire und ich bin im siebten Semester. Letztes Jahr habe ich mich für ein Praxissemester im Ausland entschieden und war in Südafrika in Kapstadt. Ja, ich war bei Oxford English Academy im Online-Marketing und was kann ich dazu sagen? Ja, es war jeden Tag ein Abenteuer und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ich würde auf jeden Fall das Studium wieder anfangen, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Ich kann den Studiengang den Leuten empfehlen, die Interesse an Informatik und an sozialen Medien haben. Mir hat das Studium super, super viel Spaß gemacht. Also Leute, schreibt euch ein! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020